Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Vor zwei Jahren habe ich ein Video veröffentlicht, Minimalismus im Bad ohne Duschgel, Shampoo und Co. Und ich muss sagen, dieses Video hat viele, viele Kommentare hervorgebracht, zustimmende Kommentare, aber auch sehr beleidigende Kommentare. Also dieser Titel, dieses Video hat ziemlich polarisiert. Und jetzt, zwei Jahre später, möchte ich euch einfach mal auf den neuesten Stand bringen. Sind wir immer noch so minimalistisch im Bad? Hat sich irgendwas geändert? Haben wir noch mehr minimalisiert? Und bevor ich euch zeige, wie es jetzt bei uns im Bad aussieht, möchte ich euch gerne einige Kommentare zum damaligen Video vorlesen. Ich habe hier einige notiert. Da kamen zum Beispiel Kommentare wie Ich glaube, am besten gehst du in den Wald leben. Oder Bei Bambushahnbürste bin ich vom Stuhl gefallen. Wow, einfach nur Inspiration pur. Und du zeigst, dass es geht. Bin ebenfalls minimalistisch unterwegs. Ich finde es einfach nur toll. Danke dir. Was ist an normaler Zahnpasta schlecht? Zahnpasta selber machen, man kann es dezent übertreiben. Klar braucht man nicht extrem viele Dinge, aber so zu leben ist doch eklig. Alter, Zähneputz mit einem Stock. Ha, ha, habt ihr kein Geld oder wollt ihr so leben? Für viele jetzt krass, weil es so minimalistisch lebt. Stell ich doch mal vor, wir wären immer noch in der weiten Vergangenheit ohne Strom und neuster Technik. Da sah es doch nicht anders aus und in vielen anderen Ländern ist das heute teilweise noch so. Das mit dem Zweig habe ich auch mal mitgemacht. Bei meinen Großeltern in Vietnam war für mich eine sehr lustige Erfahrung. Statt Zuckerpasta haben wir aber mehr Salz verwendet. Klopapier gab es damals bei den Großeltern auch nicht. Wir haben uns auch mit dem kleinen Eimer gereinigt. Bei Mückenstichen hat mein Opa mir immer ein Blatt von einer Pflanze gegeben und sollte immer auf die Stiche reiben. Ich könnte noch viel mehr aufzählen. Lange Rede, kurzer Sinn. Für eine Woche sollte man das mal ausprobieren. Bereuen wird man nichts. Tolles Video. Mir tun die Kinder leid. Würde mich nicht muttern, wenn die in Schule und Co. Bullyingopfer Nummer 1 wären. Vor meiner Toilette steht auch ein kleiner Hocker. Nie wieder einen Toilettengang ohne zu hocken. Ansonsten benutze ich genau dieselben Produkte wie Du plus Kuchesöl. Die armen Kinder. Klare Fall fürs Jugendamt. Das ist mir zu viel Öko. Einfach nur eklig. Liebe Silke, ich bin sehr beeindruckt von Deinem Lebensstil und wie Du es schaffst, Dich von so vielen zu befreien. Da kann sich so manch einer eine große Scheibe von abschneiden. Und ein Glück setzen auch Menschen wie Du Kinder in die Welt, die das in Zukunft vielleicht sogar weitertragen können. Weiter so. Also es ist auch so, sehr beleidigende Kommentare lösche ich auch. Jeder kann seine Meinung kundtun, auch konstruktive Kritik abgeben oder einfach auch von sich selber berichten, warum er das so wie ich nie machen würde. Damit kann ich vollkommen umgehen. Aber beleidigende Kommentare, die lösche ich. Und so habe ich auch unter diesem Video viele Kommentare löschen müssen. Da war aber auch noch ein ganz toller Kommentar dabei. Da kam erst, glaube ich, ein Jahr oder anderthalb Jahre später nach Veröffentlichung des Videos. Den lese ich euch auch mal vor. Sehr tolles Video, das sehr zum Nachdenken anregt. Es erscheint natürlich sehr weltfremd für uns, weil wir es nicht gewöhnt sind. Das spiegelt sich auch in den unten angeführten Kommentaren wider. Bei vielen habe ich das Gefühl, sie fühlen sich damit sogar angegriffen. Aber es zeigt nur, wie sehr wir Menschen engstündig sind, bedingungslos an dem festhalten wollen, das wir immer so gemacht haben. Wären wir aber im Minimalismus aufgewachsen und jemand würde uns dann genau das Gegenteil in einem Video präsentieren, so wie wir jetzt eigentlich leben, im Überfluss und Chemie, dann würden wir plötzlich diesen Lebensstil als weltfremd und absurd bezeichnen. Also es gab ganz viele tolle zustimmende Kommentare, auch tolle kritische Kommentare. Solange sie konstruktiv sind, kann ich mit Kritik auch sehr umgehen. Und ich bin auch immer sehr interessiert daran, wie andere Menschen leben, und wie andere Menschen bestimmte Inspirationen umsetzen. Muss ja nicht genauso sein wie ich. Ich sage ja immer, ich bin nur so ein Inspirationsgeber. Ich zeige auf, wie man es machen kann. Ich komme ja nicht mit erhobenen Zeigefinger und sage, ihr müsst jetzt so leben. Ich rede auch niemandem ein schlechtes Gewissen ein. Ich möchte einfach nur gern aufzeigen, wie ich mich entwickelt habe. Ich habe ja auch nicht immer so gelebt, so minimalistisch im Bad. Ich habe auch vor 10, 15 Jahren ganz normal die meisten Produkte verwendet, die auch andere verwendet haben. Und das hat sich bei mir über die Laufe der Jahre einfach entwickelt. Und auch so das Bewusstsein mit dieser ganzen Verpackung und dem Plastikabfall. Gerade bei diesen Pflege- und Hygieneartikeln fallen ja wirklich viel Plastikabfall an. Und das wollte ich einfach über die Jahre einfach vermeiden. Und wollte einfach schauen, was geht denn, was ist denn möglich. Und ich zeige euch jetzt in den folgenden Szenen, wie es bei uns im Bad aktuell aussieht. Zwei Jahre später sieht unser Bad so aus und es macht nach wie vor einen eher minimalistischen Eindruck. Und jetzt gehe ich mal nacheinander durch, was wir hier so im Bad stehen haben, wie wir unseren Körper pflegen, die Haut, die Haare und die Zähne, was wir generell im Bad verwenden. Vor zwei Jahren befand sich hier unter dem Waschbecken noch ein Unterschrank. In dem habe ich zum Beispiel einen Föhn aufbewahrt, das Toilettenpapier und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Ich glaube auch Seifenstücke, die wir noch nicht gebraucht haben, die ich ein bisschen auf Vorrat gekauft habe. Wie ihr seht, haben wir diesen Schrank mittlerweile minimalisiert. Der Föhn, den bewahre ich jetzt im Schrank, im Kleiderschrank auf, bei den Handtüchern und der Bettwäsche. Den brauchen wir wirklich ganz, ganz selten. Es wäre auch nochmal eine Überlegung, diesen Föhn zu minimalisieren. Also ihr seht, jetzt haben wir hier schön unter dem Waschbecken Freiheit. Der Unterschrank ist auch immer relativ schnell eingestaubt. Da musste man auch immer relativ viel Staub wischen. Und das erledigt sich jetzt, indem der Schrank jetzt einfach minimalisiert wurde. Das Waschbecken ist recht einfach gehalten, recht minimalistisch. Ihr seht hier einfach eine natürliche Unterlage für die Handseife. Wir haben einfach ein Seifenstück, das kaufen wir im Bioladen. Da gibt es auch nicht große Verpackungen dazu. Einfach nur eine Papierbanderole. Und so waschen wir uns schon seit vielen Jahren die Hände. Ich habe früher, ich würde mal sagen so vor sieben Jahren, habe ich vielleicht noch Flüssigseife gekauft. Meist zwar ökologisch, aber die gibt es auch nur mit Plastikverpackung. Und das muss ja nicht sein, man kann sich auch einfach mit einem Seifenstück die Hände waschen. Das hat viele Jahrhunderte für Menschen funktioniert. Und das funktioniert auch in heutiger Zeit, wenn man sich mal bedenkt, wenn man immer diese Flüssigseife kauft, was da an Plastikverpackung im Jahr oder über die Jahre zusammenkommt. Und man sich dann auch mal überlegt, was passiert denn mit der Plastik und dass die überhaupt nicht abbaubar ist. Also da kommt einfach unnötiger Müll zusammen und ich würde immer wieder empfehlen, nehmt einfach ganz normale, natürliche Pflanzseife. Hier weiter oben befindet sich eine Ablage mit unseren Zahnputzutensilien. Nach wie vor haben wir unseren Emaille-Zahnputzbecher. Darin stecken unsere nachhaltigen Zahndursten aus Bambus. Die sind plastikfrei und umweltfreundlich. Die benutzen wir schon seit einigen Jahren und sind noch sehr, sehr zufrieden damit. Was man dazu sagen muss, wenn jemand empfindliches Zahnfleisch hat, dann sollte derjenige mit Bambuszahnbürsten vorsichtig putzen. Die Brüsten sind relativ hart. Aber ich habe kürzlich einen Tipp bekommen. Ich hatte in einem kürzlichen Video auch mal meine Zahnputzrituale vorgestellt am Morgen und am Abend. Und da hat mir tatsächlich jemand eine nachhaltige Zahnbürste aus Bambus mit weichen Bürsten empfohlen. Die habe ich mir natürlich dann gleich besorgt und die werden wir dann als nächstes testen. Das ist unsere selbstgemachte Zahnpasta. Die weiße Zahnpasta besteht einfach nur aus verflüssigtem Kokosöl und pulverisiertem Xylitol. Das Xylitol ist gleichzusetzen mit Birkenzucker. Und das ist eine sehr einfache und natürliche Zahnpasta. Und damit putzen meine Jungs schon seit ein paar Jahren ihre Zähne. Mein Ältester liebt den Geschmack Pfefferminz. Also habe ich hier in seinem Glas noch ein Tropfen reines ätherisches Pfefferminzöl dazugegeben. Und mein Jüngster, der liebt den Geschmack Orange in seiner Zahnpasta. Also hat er in seinem Glas auch noch reines ätherisches Orangenöl dabei. Wie gesagt, eine sehr natürliche Zahnpasta, aus der man sogar Schokolade herstellen könnte, wenn man Kakao oder Karob hinzufügt. Da werden sich vielleicht jetzt einige fragen, wie eine Zahnpasta aus Zucker, das ist doch total irre. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also dieser Birkenzucker, das ist ein ganz besonderer Zucker. Der wird meistens aus der finnischen Birke hergestellt. Und das Besondere an diesem Zucker ist, dass Kariesbakterien diesen Zucker nicht von Stoff wechseln können. Gibt es auch eine ganz interessante Studie. Dazu hat man schon in den 70er Jahren eine Studie durchgeführt mit diesem Birkenzucker. Wenn ich den Link zu dieser Studie finde, dann setze ich sie auf alle Fälle in die Infobox oder in den ersten Kommentar. Wen das interessiert, das Thema, der kann sich dann gern noch weiter belesen. Dann haben wir hier noch eine gelbliche Zahnpasta. Das ist meine Zahnpasta. Die verwende ich auch schon seit mehreren Jahren. Das ist einfach nur verflüssigtes Kokosöl und Kurkuma. Kurkuma ist auch ein wundervolles Pulver. Es wirkt entzündungshemmend und bleicht die Zähne etwas. Also ein ganz natürliches Bleichmittel. Es färbt alle möglichen Haushaltsgegenstände in der Küche gelb, aber die Zähne, also echte Zähne, bleicht es eher ein wenig. Neben meiner Zahnpasta steht ein Zahnpulver, welches ich seit einigen Monaten verwende, mal abwechselnd am Abend mit meiner selbstgemachten Zahnpasta. Das ist ein wundervolles Pulver mit gesunden Zutaten, die man auch essen könnte. Dieses Zahnpulver besteht aus fünf Zutaten Originalrückner Heilkreide, Natron, Xylit, also Birkenzucker, Kurkuma und Pfefferminzöl. Und unsere selbstgemachten Zahnpasten enthalten ja auch Kurkuma und Birkenzucker. Also eine wundervolle Ergänzung zu unserer selbstgemachten Zahnpasta. Neben unserem Zahnpulver steht eine Tüte mit Zahnkristallen, die wir seit einigen Wochen testen. Ihr seht hier so einen Zahnkristall, das ist eine sehr sinnvolle Ergänzung zur natürlichen Zahnpflege. Die nimmt man immer am Abend nach dem Zähneputzen. Und so ein Zahnkristall löst sich nach circa zehn Minuten im Mund auf. Und das ganz Tolle an diesen Zahnkristallen ist, dass sie den Speichel alkalisieren und damit die Remineralisierung der Zähne fördern. Und die Zahnkristalle bestehen aus Xylit, also aus Birkenzucker. Da gibt es auch eine wissenschaftlich belegte Wirksamkeit. Also ganz toll, die testen wir jetzt. Auf der linken Seite befinden sich meine liebsten ätherischen Öle von Young Living. Das sind hochwertige, reine ätherische Öle, die ich schon seit vielen Jahren verwende. Aktuell sind meine Lieblingsaromen Weihrauch, Lavendel und Zitrone. Weiter hinten befindet sich ein Fläschchen mit Teepaumöl. Das verwenden wir zum Beispiel bei Insektenstichen. Und daneben steht noch ein Glas oder ein Fläschchen Lavendelöl von Lavera. Das ist mein Nachschub, weil die andere Flasche ist fast leer. Daneben seht ihr ein kleines Gläschen mit Kokosöl. Das verwende ich ab und zu zur Körperpflege eben im Zusammenspiel mit diesen reinen ätherischen Ölen von Young Living. Und hier habe ich ein ganz tolles Mitbringsel von der Maria von Morofo. Die hat mich kürzlich besucht und mir eine selbstgemachte Körpercreme mitgebracht. Ich glaube, da ist auch Kokosöl drin, Kakaobutter und auch ätherische Öle. Das ist auch wunderbar für die Körperpflege geeinigt. Die verwende ich auch ab und zu. So sieht es auf der rechten Seite im Spiegelschrank aus. Hier vorne seht ihr ein Glas mit zwei Mieswackzweigen. Das ist eine natürliche Zahnbürste, die ich fast jeden Morgen zur Zahnpflege verwende. Und diese natürliche Zahnbürste enthält von Naturstoffe, die die Mundhygiene verbessern und fördern. Ich habe kürzlich ein Video veröffentlicht zu meiner Zahnpflege. Und da habe ich das auch noch ein bisschen genauer erläutert. Und wer das Video noch nicht gesehen hat, dem verlinke ich das oben rechts in den Infokarten. Dann habt ihr hier eine schwarze Flasche. Das ist Rizinusöl. Das nutze ich auch ab und zu für die Hautpflege. Das hat pflegende Eigenschaften und wirkt entzündungshemmend und verhilft der Haut auch zu mehr Geschmeidigkeit. Manchmal am Abend vor dem Schlafen gehen, dann gebe ich ein bisschen Öl zum Beispiel unter meine Augen. Hier haben wir noch eine Flasche DMSO. Daraus habe ich mir vor einigen Monaten zusammen mit dem Rizinusöl und Terpentin eine Gesichtscreme hergestellt. Den Tipp habe ich von einem lieben Freund bekommen. Es war eine sehr interessante Erfahrung. Und ich war jetzt den Sommer über eher noch minimalistischer unterwegs und habe eher Kokosöl verwendet. Aber ich denke, ich werde mir diese Creme demnächst mal wieder zubereiten. Dann haben wir hier noch ein Weidenkörbchen. Da schauen wir gleich mal rein, was sich darin befindet. Und dahinter ist noch eine Verpackung von den Mieswack-Zahnbürsten. Da sind noch drei Stück enthalten, die ich dann in den nächsten Monaten aufbrauchen kann. In meinem Körbchen sieht es so aus, relativ übersichtlich. Da haben wir hier eine Pfeile, dann eine Menstruationstasse, dann Pflaster, nochmal Pflaster, dann so ein Reinigungspad, so ein natürliches Reinigungspad fürs Gesicht. Hier oben auf dem Spiegelschrank befindet sich noch so ein Körbchen mit natürlichen Haarbürsten. Hier oben auf der rechten Seite befinden sich die Utensilien von unserem lieben Mitbewohner Henry. Dazu kann ich gar nicht so viel sagen, weil er verwendet auch auf alle Fälle eine Bambuszahnbürste. Zahnkristalle hat er hier auch in so einem kleinen Päckchen. Reine ätherische Öle, Kokosöl und hier eine Dose Birkenzucker. Und ich glaube, in diesem Spirulina-Döschen ist auch noch fein gemahlener Birkenzucker. Also ist auch relativ übersichtlich. Also das sind seine ganzen Utensilien fürs Bad. Weiter geht's. Das ist eine Trockenbürste. Die ist auch von Henry. Und hier, das ist Lavaerde. Die verwende ich schon seit drei, vier Jahren für meine Haut- und Körperpflege. Ich wasche mir einmal in der Woche meine Haare mit einer Paste aus dieser Lavaerde und Wasser. Und ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Und ich verlinke euch diese Lavaerde unten in der Infobox oder im ersten angepinnten Kommentar. Und werde euch auch einen Blogartikel verlinken, wo ich meine Erfahrung mit der Lavaerde beschreibe. Also meine Pflege für Haut und Haare. Hier unten gibt es auch noch was sehr übersichtlich. Das ist meine Trockenbürste für die Haut. Und das ist eine Gesichtsbürste. Die nutze ich auch schon seit einigen Monaten. Die Gesichtsbürste fördert genauso wie diese ganzkörpertrockenbürste die Durchblutung. Und die Haut wird sanft stimuliert. Und da werden auch so feine Hautpartikelchen abgerieben. Also ich mag das immer sehr am Morgen, mein Gesicht mit dieser Gesichtsbürste zu bürsten. Und danach fühlt sich meine Haut ganz glatt und weich an. Hier haben wir auch noch ein kleines Weitenkörbchen. Da schauen wir auch gleich mal rein. Darin befindet sich Zahnseite, eine Schere. Dann noch eine Binzette. Dann einen Nagelknipser. Und in Rot und Grün mit der Metallschlinge. Das sind Ohrenreiniger. Damit kann man wunderbar die Ohren reinigen, wenn es mal sein muss. Ohne, dass die Ohren noch zugestopft werden. Benutzt sich auch schon seit vielen Jahren. Von hier geht es weiter rüber zur Badewanne. Hier oben ist Henrys Handtuch und seine Glüsopumpe. Also so eine Art Einlaufgerät. Hier ist auch noch ein Einlaufgerät. Das wurde mir letztens empfohlen. Dann muss ein ganz tolles Gerät sein. Ich habe das noch nicht getestet. Ich werde demnächst wieder fasten. Und dann werde ich dieses Einlaufgerät auf alle Fälle testen. Ihr seht hier um die Badewanne herum. Hier ist eine Aloe Vera Pflanze. Sieht es recht minimalistisch. Und fast plastikfrei aus. Aber was dazu gekommen ist, wir haben wieder Shampoo im Bad stehen. Also ich verwende nach wie vor Lavaerde. Aber mein Ältester, der ist jetzt 13, der hat sich dann irgendwann ein Shampoo gewünscht. Und dann habe ich im Bioladen ihm ein Brennnesselshampoo gekauft. Das ist ein Shampoo von Urtegram und das habe ich jahrelang auch verwendet. Allerdings die Variante mit Lavaerde, die habe ich jahrelang verwendet, bevor ich dann direkt auf Lavaerde umgestiegen bin. Ich bin also seinem Wunsch nachgekommen. Er hatte keine Lust mehr, sich mit Lavaerde die Haare zu waschen. Das war immer noch zu viel Gematsche. Und jetzt steht eben immer mal Shampoo in unserem Bad. Da seht ihr ja auch eine Handbürste aus Holz. Ich hatte früher auch eine aus Plastik. Die habe ich mittlerweile entsorgt. Dann haben wir hier noch eine Seifenschale. Darin befindet sich die Seife von Henry. Ich glaube, das ist eine Sandelholzseife. Und noch zwei selbstgemachte Seifen von meinen Jungs. Dann haben wir hier auch nochmal so eine Gesichtspad aus natürlichem Material. Und dann noch aus ähnlichem Material. So wie eine Art Schwamm für den Körper, um auch Hautpartikel oder Schmutz abzureiben. Hier nochmal eine natürliche Seifenunterlage. Und ich glaube, das ist Eisenkrautseife. Also wir verwenden keinerlei Duschgel. Wir waschen uns nur mit Seife. Und hier seht ihr mal eine Schüssel mit Lavaerde. Wenn ich sie mit Wasser anrühre, dann entsteht so eine Paste. Und damit kann man sich ganz normal waschen. Haut und Haare. Das hier ist eine geniale Hornhautfeile. Die verwende ich seit einigen Monaten. Also eine Hornhautraspel. Das ist eine Edelstahlfußfeile mit einer groben und einer Feinseite. Also wer Probleme hat mit Hornhaut, diese Hornhautraspel ist auf alle Fälle dafür zu empfehlen. Ich zeige euch nochmal mit was ich das Bad putze. Danach wurde ich auch ganz oft gefragt. Hier seht ihr Zitronensäure. Und diese Zitronensäure steht auf einem Eimer mit Natron. Natron ist ein Alleskönnen im Haushalt. Ich verwende ihn nicht nur zum Putzen, sondern auch ab und zu für die Gesichtspflege. Ich habe damit auch schon meine Haare gewaschen. Oder eben auch zum Backen in der Küche. Also ganz wundervoll informiert euch mal über Natron, was man damit alles machen kann. Also zum Putzen im Zusammenspiel mit der Zitronensäure auf alle Fälle gut geeignet, um die Toilette zu säubern, um das Waschbecken zu säubern und die Wanne. Ihr seht, in unserem Bad sieht es relativ plastik- und industriechemiefrei aus. Nicht 100 Prozent. Wir sind nicht ganz frei davon, aber wir haben schon drastisch reduziert. Wer sich für chemiefreies Leben, also für chemiefreie Reinigung, für chemiefreie Pflege, für alternative Kosmetik interessiert, dann kann ich euch einen wunderbaren Videokurs empfehlen. Ein chemiefreie Leben von Dr. Karin Bender-Gonser. Mit ihr habe ich auch dieses Jahr ein Video zur chemiefreien Pflege, zum chemiefreien Haushalt gemacht. Das verlinke ich euch oben rechts an dem Videokurs, verlinke ich euch unten in der Infobox oder im ersten angepinnten Kommentar. Ihr habt jetzt gesehen, wie es bei uns im Bad aussieht. Es sind einige Pflanzen dazugekommen, auch einige Produkte, die wir seit einigen Monaten testen, wie das Zahnpulver, die Zahnkristalle und noch einige andere Kleinigkeiten. Auch unsere neue Mitbewohner hat ja auch einige Utensilien mitgebracht. Aber dennoch sieht es bei uns im Bad relativ minimalistisch aus, relativ plastikfrei. Und wir leben ja jetzt schon seit einigen Jahren so. Und ich muss sagen, ich möchte es nicht mehr ändern. Ich wollte euch nochmal einen kleinen Kommentar vorlesen, den ich auf meinem Blog bekommen habe, zu meinem Artikel Minimalismus im Bad. Und da schrieb die Manuela. Die ganzen bunten Tiegelchen, Plastikfläschchen und Päckchen mit den ganzen chemischen Mittelchen zum Waschen, Putzen, Duschen, zum Haare waschen und zum Eingremen, die in 100 verschiedenen Duftrichtungen in den meterlangen Regalen in den Trockenrie-Märkten stehen, gibt es erst seit Ende des Zweiten Weltkrieges in diesen Massen. Die einzigen, die davon profitiert haben, sind Henkel und Co., also die Industrie. Das Einzige, was wir davon bekommen haben, für unser teures Geld, ist Krebs, Hautausschlag, Alzheimer und Parkinson. Das ist natürlich so eine bunte Mischung. Sie nennen sich nur diese chemischen Pflege- und Hygieneartikel, also diese Industriechemie, sondern es sind ja auch die Pestizide, die in der Landwirtschaft verwendet werden. Das sind auch Schwermetalle, die in Luft und Boden und Wasser enthalten sind. Das ist so ein Gemisch aus vielen Dingen, die dazu führen, dass wir nicht mehr 100% gesund in einer natürlichen Umwelt leben können. Und ich versuche einfach durch meinen Lebensstil, auch durch meine Ernährung, durch eine bewusste Lebensweise eben, dass ich auch bestimmte Pflege- und Hygieneartikel eben nicht mehr konsumiere und auch Plastik vermeide, einfach ein Stück dazu beizutragen, wieder ein bewussteres Leben zu führen und auch andere Menschen damit zu inspirieren. Ich frage mich dann auch immer, es werden Bedürfnisse geschaffen, die dann eben auf unbewussten Konsum gerichtet sind, wie eben diese ganzen bunten, stark duftenden, mittelischen. Und davon habe ich mich einfach gelöst, davon habe ich mich frei gemacht. Und das kann jeder Stück für Stück. Ich wundere mich immer, wie beleidigend Menschen werden können, wenn man nicht den vorgegebenen Weg, den vorgegebenen Weg der Masse aufzeigt, sondern einen ganz anderen Weg mit weniger Konsum und in dem Fall auch mit weniger Plastik. Also ich wünsche mir da einfach mehr Toleranz. Wir Menschen sind nicht gleich, es gibt unterschiedliche Lebensweisen. Menschen legen ihren Fokus, was wichtig im Leben ist, auf unterschiedliche Dinge. Nur weil ich dieses Video mache, heißt es ja nicht, dass ich die Menschen, die ganz anders leben, die nicht so bewusst in dem Bereich leben, verurteile. Ich zeige einfach auf, was mir wichtig ist, wie ich leben möchte und hoffe einfach, eine Inspiration für euch zu sein können. Also für die Menschen, die das interessiert, für die Menschen, die auch Inspiration suchen, für die Menschen, die einfach auch bewusster in diesem Bereich werden wollen. Es ist einfach nur eine Inspiration von vielen. Es soll niemanden verurteilen, es soll einfach nur ein Weg von vielen sein. Im letzten Video hatte ich auch das Toilettenpapier in Frage gestellt. Ich hatte von meinen Erfahrungen berichtet auf Pemba. Pemba ist eine Insel, die zu Tansania gehört. Und dort ist Toilettenpapier nicht verbreitet. Dort säubert man sich den Po einfach nur mit Wasser. Und da hatte ich dazu auch noch einiges berichtet. Und da kamen natürlich auch viele beleidigende Kommentare. Wir nutzen nach wie vor Toilettenpapier. Meine Jungs konnten sich mit diesem alternativen Gedanken überhaupt nicht anfreunden. Also haben wir noch Toilettenpapier. Nach wie vor haben wir unseren Sitzhocker. Ich weiß gar nicht, ob man den im Video gesehen hat. Ich glaube, am Anfang, als ich ins Bad reingefilmt habe, stand er neben der Wanne. Genau, die nutzen wir, weil es immer besser ist, die Füße hochzustellen beim Toilettengang. Gerade beim Stuhlgang, weil man einfach den Darm dann besser entklären kann. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ich verlinke euch unten in der Infobox bzw. im ersten angepinnten Kommentar unter dem Video einige der Produkte, die ich euch hier gezeigt habe. Das sind alles alternative Produkte für all diejenigen, die nach Alternativen suchen. Ich freue mich natürlich auch über eure Kommentare. Was haltet ihr von unserem Minimalismus im Bad? Wie sieht es bei euch im Bad aus? Habt ihr mein Video vor zwei Jahren gesehen? Hat sich bei euch irgendwas verändert? Was habt ihr umsetzen können? Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Eure Silke Eure Silke